Es geht um eine Aktion zugunsten von Viva Con Agua. Da hat ein junger Fotograf namens Marco Fischer mich schwarz-weiß abgelichtet und ein Künstler namens Marc Jung hat das übermalt. Sieht alles sehr interessant aus. Und das kann man jetzt gewinnen. Wie das jetzt genauer geht, das wird hier unten eingeblendet. Jedenfalls werde ich diese Arbeit im Rahmen der nächsten Tour irgendwo dem Gewinner übergeben, den wir übrigens einladen. Zusammen mit noch jemanden, also Reisekosten und Hotel werden wir selbst finanzieren und dann werde ich das übergeben und das wird bestimmt nette Angelegenheiten. Ihr müsst uns nur dabei helfen, jetzt das auch noch zu verbreiten. Da gibt es ja die sozialen Medien, da kann man sowas schön machen. Twitter, Facebook weiß der Teufel was. Und es ist wichtig, also es geht um Viva Con Agua, denn alle wissen ja, ohne Wasser gibt es kein Leben. Also, Marder George, wirst du nächsten Mal.